Wir können uns wieder auf ein paar schöne sonnige Herbsttage freuen, aber erstmal schauen wir uns nochmal den Montag an. Da können noch einige Schauer auftreten, denn wir befinden uns zwischen diesem Tief- und diesem Hochdruckgebet hier und da sind dann noch einige Schauer dazwischen drin. Und vor allen Dingen gibt es eine westliche Strömung, die dann auch nochmal etwas mildere Luft zu uns bringt. Und so sieht das Ganze dann am Montag aus. Wie gesagt, wir haben wechselnde Bewölkungen und dazu immer wieder Schauer, die teilweise auch kräftiger ausfallen können. Und im Süden, da ist es auch etwas dichter bewölkt. Die Temperaturen am Montag, die liegen dann zwischen 10 und 17 Grad. Am Dienstag dann, da macht sich richtig hoher Luftdruck breit bei uns. Das heißt viel Sonnenschein und vor allen Dingen auch meist trockenes Wetter. Nur im Westen, im äußersten Westen, da kann mal etwas Regen runterkommen, aber sonst überall trocken und vor allen Dingen auch sonnig. Und in manchen Teilen, da können sich auch nochmal die Nebelfelder etwas länger halten. Aber spätestens zum Nachmittag kommt da dann auch die Sonne raus. Die Temperaturen liegen dazu zwischen 13 und 20 Grad. Es geht also wieder nach oben mit den Temperaturen. Und das wird sich in den kommenden Tagen steigern. Und Grund dafür ist diese Wetterlage hier, wie wir am Mittwoch sehen. Wir haben ein Hochdruckgebiet über dem Osten Europas und ein Tiefdruckgebiet eher in den westlichen Teilen. Und das sorgt dann für eine südliche Strömung. Und die bringt dann diese warmen Temperaturen nochmal zu uns. Und bevor wir zu den Wettersymbolen kommen, hier mal die Temperaturen kurz zwischen 14 und 22 Grad. Also es wird richtig warm. Und dazu gibt es dann halt noch jede Menge Sonnenschein, also Wetter zum Genießen. Nur im Nordwesten sind mal ein paar dichtere Wolken noch unterwegs. Ja, ähnlich sieht es dann auch aus am Donnerstag. Da kann es im Westen mal ein paar Schauer geben. Sonst richtig schönes Wetter mit viel Sonnenschein und lockerer bis wechselnder Bewölkung. Dazu auch nochmal 18 bis 22 Grad. Auch am Freitag wird es so ähnlich sein mit viel Sonnenschein. Samstag kommen dann schon wieder ein paar Schauer rein und es kühlt sich so langsam ab.